Was für eine Traumfigur! US-Star Catherine Heigl zeigt sich gemeinsam mit Ehemann Josh Kelly bei der Unforgettable-Filmpremiere in Los Angeles auf dem roten Teppich. Denn bald ist die 38-Jährige im neuen Thriller Unforgettable – Tödliche Liebe auf der Leinwand zu sehen. Die frischgebackene Mama strahlt über beide Ohren und fühlt sich sichtlich wohl, wirkt glücklich und selbstbewusst. Erst im Dezember 2016 hat Catherine den kleinen Joshua zur Welt gebracht. Vier Monate nach der Geburt ist bei der hübschen Schauspielerin von Schwangerschaftspfunden keine Spur mehr. Dass der Grace-Anatomy-Star ein absoluter Familienmensch ist, zeigt sie uns regelmäßig mit herzlichen Familienschnappschüssen auf Instagram. Egal, auf kuschelnd mit ihren drei Kindern, mit ihrem jüngsten Joshua alleine oder zu Ostern mit der ganzen Familie – das Glück steht ihr ins Gesicht geschrieben. Toll zu sehen, wie pudelwohl sich die hübsche Schauspielerin fühlt und Hut ab für ihren tollen After-Baby-Buddy.